So, ich bin heute in Eindhoven, mein erstes Mal, ich hatte Glück, ich lag bis um drei Uhr eigentlich noch im Bett und wollte heute nichts tun, außer zu spülen, dann habe ich einen guten Anruf von Joren bekommen, zum Bowlfahren nach Enschede mitzukommen, habe mich dafür entschieden, es ist mega Spaß. Heindhoven. Ja, nach Heindhoven, es tut mir leid, wir fahren jetzt hier ein bisschen Minirampe, Joren nimmt einen Trick auf, viel Spaß. Ja, nach Heindhoven, es tut mir leid, wir fahren jetzt hier ein bisschen Minirampe, ich bin heute in der Welt. Ich bin heute in Eindhoven, ich bin heute in Eindhoven, ich bin heute in Eindhoven. Ich bin heute in Eindhoven, ich bin heute in Eindhoven. Es tut mir leid, ich bin heute in Eindhoven. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018